Ich bin Jannik Janssen, Geschäftsführer und Inhaber der Werbeagentur EWA. Wir sitzen im Herzen von Bad Schwartau und setzen seit über 18 Jahren alles daran, unseren Kunden die Vielfalt der Werbemöglichkeiten darzulegen. Denn es geht um Qualität und darum, das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen. Als Internetagentur programmieren wir Ihnen Websites im aktuellen Responsive Web Design, aktuelle CMS-Systeme wie WordPress, Typo3 sowie Online-Shops mit Potenzial. Auch Social-Media-Unternehmensseiten wie Facebook, Twitter und Co. werden von uns erstellt und auf Wunsch genau wie Ihre Internetseite gepflegt. Damit diese Webseiten erfolgreich gefunden und besucht werden, den Umsatz steigern und neue Kunden gewinnen, bietet EWA eine professionelle Suchmaschinenoptimierung wie zum Beispiel Google Ads an. Umfangreiche SEO-Maßnahmen wie das Ermitteln von Suchbegriffen, das Verfassen von Suchmaschinen optimierten Texten, der Aufbau von Links, das einheitliche Auftreten in Suchmaschinen und gute Platzierung in Google sind Hauptbestandteil unserer Arbeit. Von der gesamten Geschäftsausstattung bis Video erstellen wir Ihr Co-Operate Design. All diese Werbemaßnahmen verschaffen Ihnen ein einheitliches, ansprechendes Auftreten mit starkem Wiedererkennungswert. Sie erhalten Ihre persönliche Note und Einzigartigkeit. Wir entwickeln uns ständig weiter und haben ein umfangreiches Netzwerk, auf das wir für Sie zugreifen. Damit erhalten Sie alle Leistungen einer Internet- und Werbeagentur mit nur einem Ansprechpartner. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Jan Dirk Janssen Wir freuen uns auf Sie.